Guten Morgen, ich bin für euch schon ganz zeitig unterwegs, denn ich nehme mich heute mit zum Filmdreh. Denn in dieser Woche ist die allerletzte Klappe für die Neuverfilmung von Spuk unterm Riesenrad in Bärmburg gefallen. Nachdem die Frage nach dem Outfit geklärt war, traf ich auf ein kurioses Brautpaar. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Ich bin ein bisschen auch gemütlich. Die zwei Hauptdarsteller waren zwar nicht mehr mit dabei, dafür mussten wir Komparsen trotz Kälte nicht frieren. Und dann hieß es für uns, wegrennen vor den Geistern über den Theatervorplatz. Mit dabei auch bekannte Gesichter aus Bärmburg. Wir sind Simone und Volker Zappe. Wir sind freiberufliche Schauspieler. Wir kommen hier aus Bärmburg, haben in der Zeitung davon erfahren, dass der Film Spuk unterm Riesenrad gedreht wurde. Und wir freuen uns, dass wir hier dabei sein durften und uns nächstes Jahr im Kino sehen. Wir kommen hier aus Bärmburg.